Was würdet ihr machen, wenn euch ein geheimnisvoller Kerl eine Waffe und 100 nicht-zurückverfolgbare Kugeln geben würde und euch Infos zu jemandem geben würde, der euch großes Leid zugefügt hat? So geschieht es in 100 Bullets von Brian Azarello und Eduardo Rizzo. In der neu bei Panini Comics erschienenen Deluxe-Ausgabe sucht der mysteriöse Agent Graves Leute auf und bietet ihnen Rache mit Straffreiheit und erzählt ihnen auch noch, wo sie die Person finden, an der sie sich rächen sollen. Einzige Bedingung, niemand darf von dem Deal erfahren. Quasi nach dem Vengeance of the Week-Prinzip sucht Graves immer neue Leute auf und stellt sie vor die Wahl. Jede Geschichte verläuft dabei aber komplett anders, sodass es nicht langweilig wird. Mit der Zeit werden auch Fragen über den Agent gestellt und die Hintergründe immer weiter aufgedeckt. Woher hat Graves so viel Macht, dass die Polizei alle Ermittlungen einstellt, sobald die Waffe oder Kugeln ins Spiel kommen? Azarello baut hier eine spannende Reihe auf, die immer tiefer geht und die ein oder andere Überraschung bereithält. Die C-Black-Label ohne Superhelden, aber hervorragender Story. Für Fans knallharter Crime-Stories ein absolutes Muss. Die 460 Seiten Deluxe Ausgabe hat mit 50 Euro aber auch ihren Preis.